Hallo, ich bin Boris Janek. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Entwicklung von Produkten, von Geschäftsfeldern und von Innovationssystemen. In erster Linie in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Ich nehme an der Veranstaltung Diversities – Stories that Matter teil und freue mich schon sehr, dort einen kleinen Vortrag halten zu dürfen, in dem es um Ökosysteminnovationen geht. Ich will auch zeigen, dass diese ohne Vielfalt durch unterschiedliche Perspektiven verschiedener Menschen und das Denken vor allen Dingen in Zusammenhängen und über die Unternehmensgrenzen hinweg, also vor allen Dingen auch ein System, gar nicht möglich werden. Ich freue mich sehr auf den 10. Dezember vor allen Dingen über den Austausch und alle Teilnehmer und Vortragenden dort treffen zu können in einem virtuellen Format. Bis dann!